Jetzt ist deine Freundin meine Freundin. Du gehst nicht mit Laura ins Café! Weißt du, Camille, da wir jetzt ein Paar sind, weißt das übrigens der ganze Kampus. Also müssen wir ein Vorbild für andere Teenager sein. Ich bin bereit, ein Vorbild für andere zu sein. Toll! Also hört zu und denkt dran. Ich habe die Regeln für unsere Beziehung aufgestellt. Hey, Leute! Machen die jetzt irgendwas oder nicht? Mach Platz, Puzzle. Ich will aussehen, was da los ist. Hey, eigentlich interessiert es mich auch. Ah, Halk, hast du wieder Zwiebelriegel gegessen? Du stinkst echt, Mann! Natürlich! Die machen bestimmt meine Muskeln noch größer. Ich kippe, Mann! Hey, Jungs! Jetzt sind wir dran mit Gucken! Was ist hier eigentlich los? Macht Platz! Ja, die stellen dich an. Alle wollen sehen, was hier los ist. Sei kein Dummkopf, Halk. Ich bin die Kampusverwalterin. Ich sag's gleich, Herr Abwuchs. Ganz genau, das werde ich Lehrer Max erzählen. Also, die erste Regel lautet, ich bin eine Naschkatze. Deshalb solltest du mir immer Gummibärchen geben. Laura, wir sind uns sehr ähnlich. Ich liebe auch Gummibärchen. Hier, bitte! Die zweite Regel ist, als mein Freund möchte ich, dass du eine Brille trägst und auf einem Penny skatest. Gummibärchen ist.